St 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 hier ist der Aufenthalt heute kommt ein weiterer Folge Lack-Obs 3 viel Spaß damit Prozent wenn keine Kampagne mehr Spieler machen die Spielen die Suche und das geht die Gäste mehr Jetzt... Kliesschen... Da, und mal gucken wie ich ihn heute auf den Sack kriegen! Gut... Waffe gewählt... Das Game... Ich hing eh wieder auf den Sack wie sonst fast. Das hier merkt euch gleich auf die Fresse... Ohne Worte. Soll ich mal euch angekommen bin ich schon tot. Ist doch geil. Wie sagt man das schon? Ist nur ein Spiel. Scheiß drauf. Ja, wusste ich. Bin weg. Muss ja sein. Sniper Schütze. Warum auch nicht. Kann man ja mal machen. Ja, genau. Ja, ich renne wieder in den Sniper rein. Ich bin der Beste. Hopp. Warum aber nicht gleich zum dritten Mal dort reinhucken. Los kommt. Ist doch geil. Hopp. Und wir rennen wieder hin. Ne, da renne ich noch nie lang. Hopp. Ja, jetzt brenne ich noch ne Runde. Ja. Ja. Okay. Damit kein Problem. Ich brenne gerne. Warum auch nicht. Ja. Ja. Renn gegen die Wand. Ist meistens am schönsten wenn du gegen die Wand läufst. Ja. 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 So mach ich das. Reingesprungen und tot. Super. oh das lobe ich überhaupt nicht lang Hitler tot ja genau ich hab mich ausgeräuschert, du bist doch echt cool ja, kriegst du eh nie alles was wüsst du von mir oh ne, ich würde den Sniper können dort oben, oder? ne, diesmal nicht genau, erledigt scheiß drauf hab's aber sterben, scheiß drauf, ist egal ja, getroffen haben wir ihn aber tot, das ist noch nicht pösch das hört mich so, eigentlich wie die Wasserstandmeldung, ist mir so scheißegal ich will hier nur Spaß haben, Mersus hier ne ja, genau, oder, es stirbt, ach schrappte stirbst du halt, ne ich sag immer wieder, ich bin ein Noob und bleib ein Noob, ist mir auch egal Mist oh wow, was war denn das für ein Ding könnt ihr ruhig machen, tötet mich mein Spielspaß, nehmt den mir damit nie weg, mir ist es egal ja, genau eigentlich hätt ich schon runterzählen können, dass ich sterbe, aber egal ja, genau peng, weg war's wieder, Sniper? nein, warum auch? hahaha ach man ey, ist das geil hier ich bin leider tot ja genau da war gar keiner, Mist nein, da war doch einer ja hahaha ach meine Fresse ist das geil wie sagt Leute, ein Spielspaß nimmt mir damit Kälber weg ich bin hier zum Spaß haben ob ich sterben muss, ist mir egal ja, getroffen haben wir ihn wieder, gestorben ist er nicht scheiß drauf es ist, haben wir bekommen also Leute, ich mache ja nicht bloß hier, ähm, für Call of Duty, ähm, Let's Plays ich mache ja auch, ähm, für, zum Beispiel für Mafia 3 jetzt anfangen ich mache für Just Cause 3 und ich mache auch noch für, ähm, was war's gewesen, für Counter Strike zum Beispiel dafür mache ich auch noch Let's Plays ja, sei tot ich weiß drauf würde ich sehr freuen, da ist wirklich, ja wenn ihr mal den weiteren, die ich angucken würdet ich versuche jetzt ein bisschen mehr Spaß reinzubringen hier ja, nicht mehr so ernst ja, jetzt heute werden wir mal sterben ist alles scheiße und bla 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 nein Leute ich nehm's gelassen ich weiß, dass ich ein Noob bin ja toll hätt's ja haben können, aber tot ich hab's gelassen halt, ne weil ich mir sage pfff, warum scheiß drauf weil viele Leute regen sich ja auf auch bei CSGO jetzt zum Beispiel die regen sich auf ha, ha, wieder gestorben scheiße scheiß Noob ja klar, ich bin ein Noob und ich stehe dazu ich stehe dazu mir ist egal ja, bin tot und ja, stirb wir nicht warum stirbst du auch nicht lass ihn doch leben haben alle ein Recht zu leben ja, genau du bist genauso lebendig warum auch nicht ich nehm nur ein Auto und bin gleich tot PENG ich lauf genau rein genau so und da haben wir halt die Runde verloren meine Fresse das ist mir sowas von egal genau machen wir so kommt die nächste Runde gleich weil es so schön wird in der anderen Runde wie ihr seht wie ich ablose scheißegal Leute, wie seht ihr das? schreibt's mal in die Kommentare seid ihr hier zum Spaß haben oder seid ihr hier einfach weil ihr das ernst des Lebens seht ihr denkt bestimmt, ne hm das Spiel ich muss gewinnen ich muss aufsteigen FALSCH ich kauf mir keine Spiele um nur zu gewinnen das haben wir mal verliert wo, ich hab 1 Kill gemacht und pff, ich bin stolz drauf das ist mir relativ WURST ja, wie bei CSGO das ist genau dasselbe bei CSGO ich spiel CSGO sehr gerne, muss ich ehrlich sagen aber ja, wie erklär ich euch das jetzt so? zur Zeit ist CSGO so geworden also hast du eigentlich wirklich in fast mh jeder 2. Runde hast du eigentlich nur noch Hacker drinnen warum eigentlich? warum müssen die Leute hacken? haben die Spaß daran? wollen die Leute, ähm verarschen? pff, ja wollen die Leute um ihren Rang bringen? zum Beispiel ich werde andauernd gedevankt was mich eigentlich auf einer Art kalt's mir das riecht an zum anderen sag ich mir immer wieder prima, gut pff, dann müssen sie es halt machen wenn sie Spaß dran haben aber sowas müsst ihr euch doch im Kopf gehen lassen aber sowas müsst ihr euch doch im Kopf gehen lassen in welchem Spiel wird nie gehackt? schreibt's in die Kommentare sorry Leute ich rede sehr viel aber naja ist halt meine Art jetzt 7 6 5 4 3 2 1 GO ich hoffe die Runde wird besser 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 6 Da hat er nichts dazu, ne? Ja, wo kommst du jetzt? Au! Ja, genau. Als wenn ich schon mit der Hand hätte, dass ich tot bin. Ja, aber auch. Tja, mein Freund ist noch tot. Drecksack. Ja, genau, so soll es sein. Nee, nur rummachen die. Ja, das ist erledig. Genau. Sehe ich so. Die Leute, nennt mich da einfach Noob? Ich steh dahinter. Ja. Und Peng. Warum hab ich ihn so low geschossen? Dass er sich nie wieder findet. Ja. Okay. So, wollen wir mal gucken gehen? Genau, das ist ja so. Das ist auch lang. Und dann wollen wir mal reinballern. Verstriffst du irgendein dumm. Ja. Jetzt kommt die Vögel raus, ey. Das ist doch nicht normal. Komm. Ja. Und dann muss auch noch das höchste Vögel kommen. Warum auch nicht. Da sind wir dabei. Ich steh nix. Ja. 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 Töte mich doch. Du hast Spaß daran. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja genau. Du genauso. Viel Erfolg. Na, dann gib mir doch die Vorräte. Ja. Irgendwann muss ich ja noch was kommen, ne? Ja. Oh ja, fast getroffen. Da ist ja jetzt halt. Heheheheheheheh. Alles geil. Wieder selber, oder was? Naja, das ist halt so eine Sache. Wenn alle Spaß haben, ihr kriegt auch immer noch Spaß. Oh, muss der jetzt von hinten kommen? Ich hätte ihn auch wexnen können oder oben? Was ist das nicht? Du bist scheißdinger! Ist doch mal ein Roboter angelaufen oder was? Jetzt wird es immer schlimmer ja. Ach man! Ja Leute, schreibt mir in die Kommentare was ihr als nächstes sehen wollt. Also ich wäre auf jeden Fall für Mafia 3. Wer ich dafür. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt es einfach rein. Ja, ist komisch da rum. Das ist doch ein Scheißautomat. Das Ding, das geht irgendwie um den Sack. Oh. Ey, da kommt die an wie die Wandläufer, ne? Echt geil. Okay. Aber lasse laufen. Danke. Ich brenne! Ich brenne! Genau. Ich auch nicht. Also Leute. Das war wieder eine weitere Folge. Black Ops 3. Gut. Zwei Folgen. Von Black Ops 3. Anderthalb. Okay, wir einigen uns. Oh Gott, da schreit ja was. Oh Gott, da schreit ja was. Genau. Doch, Löcher alles. Viel Spaß. So. Nicht wahr. Wollen wir noch gewonnen haben oder wollen wir noch nicht kriegen? Das ist halt die Frage. Kill. Wow! Neun Kill habe ich gemacht. Gut. Äh, 2 waren schon. Ja, gut. Kann man machen, sollte man die machen. mit das die ich ich bin da ich habe es auf jeden Fall also Leute wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen da oben da lasst mir ein Apo da das hat mich sehr sehr freuen und ja schreibt es in die Kommentare was ihr als nächstes hinwollt Ciao euer FitBull